Dieser äußerst attraktive Ford Puma ST-Line mit Automatik könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Autohaus Wiesmann. Der Euro 6 EcoBoost Benziner mit Malt Hybrid erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt. Das sieht schick aus und lässt die Sonne draußen. Mächtige Leichtmetallrähe unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fallesitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Puma schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Navigationssystem und die Kommunikations-Sync 3. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahme-Preis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Puma ST-Line Automatik und seiner umfangreichen Ausstattung. Wenn Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Musik Musik